Moin Moin, ihr aktiven Sportfreundinnen und Sportfreunde. Ich bin Matthias, ein Personal-Trainer und heute zeige ich dir eine schöne Übung für den Schulter-Nacken-Bereich. Leidest du unter Schulter-Nacken-Schmerzen, dann ist das genau die richtige Übung für dich. Wenn du regelmäßig den Schulter-Nacken-Bereich bewegst oder trainierst, lösen sich Blockaden oder Verspannungen, die Durchblutung wird gefördert, der Cortisol-Spiegel sinkt dadurch und du baust Stress ab. Gleichzeitig aber auch verändert sich deine Körperhaltung. Du baust mehr Selbstvertrauen auf und dein Auftreten vor anderen Menschen durch deine aufrechte Haltung ist wirkungsvoller. Also Sportfreund, komm mit mir mal hoch, hol dir mal ein Handtuch, komm mit mir mal in einen schulterbreiten Stand, sodass du den Oberschenkel einen Impact spürst. Jetzt räum mal deine Schulterblätter so zurück, dass du mit denen die Wirbelsäule berührst. Räum mal dein Becken ein bisschen nach vorne und zieh deinen Bauchnabel zur Wirbelsäule. So wird der Bauch fest und der Rücken gerade. Jetzt greifst du das Handtuch an den äußersten Enden mit ein bisschen Zug und jetzt hebst du das Handtuch, so dass die Hände über Kopf gehen. Immer wieder hoch, runter, hoch, runter. Ungefähr drei bis fünf Minuten lang, bis eine schöne Wärme entsteht. Und Sportfreund nicht vergessen, Support ist kein Mord. Kommentieren, abonnieren. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns. Bis dann.